Hallo und willkommen bei Watchmaxs Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute habe ich zwei ganz besondere Gäste. Ich habe zwei der renommiertesten und der schillerndsten deutschen Uhren-YouTuber zu Gast und ich möchte in diesem Video einen Blick hinter die Kulisse werfen, meinen beiden Gästen etwas Privates entlocken, vielleicht auch etwas nicht ganz Ernstgemeintes und einfach zeigen, wer die Personen hinter den YouTube-Kanälen sind. Lassen wir die beiden sich doch erst einmal selbst vorstellen. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, dieses Video hier wird ein bisschen anders. Ja, und da freue ich mich drauf. Ja, Flo, falls du es noch nicht gemerkt hast, das ist mein Kanal, auf dem wir sind und es ist mein Video. Trotzdem freue ich mich natürlich super, dass du da bist. Markus, sag du doch mal was. Hallo meine lieben Schätzle, anzumalte, die so nicht genannt werden möchten. So, wie man dich kennt. Ganz klare Sache. Bevor wir weitergehen, möchte ich zunächst mal eine Sache kurz ansprechen. Alle wissen, du bist selbstständig und du hast eine eigene Uhrenmarke. Ich habe hier ein Familienunternehmen. Oh, ein Familienunternehmen. Das heißt, nicht nur du alleine und gegebenenfalls deine Frau, sondern auch vielleicht deine Kinder mit dabei. Wie viele deiner Kinder sind denn eigentlich bei dir genau im Betrieb? Ich glaube, mittlerweile sind wir 15. Wie, 15 Kinder? Und du glaubst, wie viele könnten denn da theoretisch noch kommen? Ähm, das ist irre. Okay, ich gestehe zu, so ohne Taschenrechner ist das vielleicht eine Herausforderung. Überspringen wir den Punkt und gehen mal direkt zum Nächsten. Du hast eine eigene Uhrenmarke und ich gehe davon aus, du hast da auch eine unglaubliche Recherche betrieben. Ich habe auch ganz viel Infos und Material. Ja, aber wie verwendest du das Material? Was machst du da draus? Hast du einen Designer? Planst du die Uhren? Ist das ein langfristiger Prozess? Wie genau entsteht denn so eine neue Uhr? Es wird locker und losgelöst. Es gibt keinen Plan, keinen Rahmen, kein Nix. Wow, das überrascht mich wirklich. Und das funktioniert bei dir? Das hat sich sehr gut angeboten. Chapeau, hätte ich wirklich nicht gedacht. Ja, ich habe noch eine Frage an den Flo. Flo, man munkelt ja, dass unter Uhren-YouTubern eine unglaubliche Konkurrenz besteht. Wie ist denn eigentlich dein Verhältnis zum Markus, der ja zu den absoluten Platzhirschen der Uhren-YouTuber gehört? Da ist eine persönliche Verbindung da. Ey, super. Also das freut mich sehr. Das klingt ja fast wie eine Freundschaft zwischen zwei konkurrierenden Uhren-YouTubern. Markus, wie siehst du das Ganze denn? Ach, wie kam dieser Gedanke? Da sieht man mal, wie man teilweise einfach mit der Einschätzung falsch liegt. Oha, ich hoffe mal, ich habe da jetzt nicht irgendwie in ein Wespennest gestochen. Markus, nimm mir das nicht übel, aber du siehst echt unglaublich müde aus, als hättest du einen furchtbar harten Tag gehabt. Ich habe gestern mit einem guten Freund gefeiert. Also es war eine ganze Menge. Okay, das erklärt vieles. Entschuldigt noch mehr. Ich habe unter meinen Kommentaren oft die Frage, was mit meinen Händen ist und so weiter. Deshalb meine Frage an dich. Was ist mit deinen Armen? Man sieht da oft ganz komische Verfärbungen. Das liegt aktuell an den Couch-Blendern, weil wir da noch Änderungen vorgenommen hatten. Ja, das kenne ich manche Bänder-Färben einfach ab. Wir haben jetzt alle eine unheimlich lange Corona-Zeit hinter uns und mich würde mal interessieren, wie ich nach der Corona-Zeit wahrgenommen werde. Also bitte vervollständige doch mal folgenden Satz. Corona hat dem Watchmax mehr Wundung gegeben. Autsch, das sah es. Das klingt ja so, als wärst du der Meinung, ich sollte vielleicht abnehmen? Auf jeden, 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 jeden 100-prozentigen Fall. Ganz, ganz sicher und safe. Es tut mir immer so leid, das sagen zu müssen. Ja, komm, vergessen, schwamm drüber, passt schon. Würdest du mir denn da mit deiner Erfahrung gegebenenfalls unterstützend zur Seite stehen? Es geht hier wirklich nur um ein paar Kleinigkeiten. Okay. Und wir machen das dann Stück für Stück. Das klingt dann doch schon viel besser. Und womit würdest du anfangen? Boxen. Boxen? Das ist aber doch ein Kampfsport und ich verabscheue Gewalt und abgesehen davon klingt das echt anstrengend. Was gäbe es da sonst noch für Alternativen? Boxen, Boxen, Boxen. Okay, alles klar. Naja, haken wir das mal ab, nehmen wir privat auf. Flo, was willst du uns denn noch sagen? Ich möchte etwas persönlich mit euch besprechen, euch persönlich etwas sagen. Ich habe eine Vermutung, was es sein könnte. Flo, lass mich mal raten. Es geht um deine Freundin. Auf welchen Typ Frauen stehst du denn so allgemein? Mein Fokus, das habt ihr gemerkt, liegt ganz klar eben bei diesen kleineren. Okay, also du stehst eher auf kleineren. Und deine aktuelle, wie lange ist das schon so zwischen euch? Seit knapp drei Jahren aktiv im Betrieb. Gut, das hätte ich jetzt vermutlich anders ausgedrückt, aber sei es drum. Markus, von dir hört man, du hättest da was Neues am Start. Ist da irgendwas dran? Da möchte ich aber noch gar nichts groß verraten. Ach, das finde ich jetzt aber schade. Na gut, dann fragen wir eben anders. Worauf legst du besonderen Wert bei Frauen? Freiheit, Individualität, Aufrichtigkeit, Brüderlichkeit, vereint durch Leidenschaft. Okay, das könnte auch ein Kegelklub sein, aber okay, geschenkt. Wo hast du denn deine neue Freundin kennengelernt? Barbados. Es gibt also tatsächlich eine. Dann sind die Gerüchte richtig. Freut mich. Und was unterscheidet sie von deiner vorherigen? Die ist auf jeden Fall nochmal eine Runde hübscher. Okay, also du gehst dann auch eher aufs Äußerliche. Alles klar. Was ganz anderes. Man munkelt. Du hast einen absoluten, gigantischen Run ausgelöst mit einem komplett neuen Saunatrend. Magst du uns dazu was sagen? Es ist in einem Restaurant in Hennef. In einem Restaurant in Hennef? Ja, wie ist denn da das Feedback? Also das muss doch absolut gigantisch sein. Meine Güte, was habe ich da ausgelöst? Das ist der absolute Wahnsinn. Ja, das glaube ich unglaublich gerne. In der Sauna ist es ja heiß, warm und man weiß, unter Wärme dehnt sich alles aus. Die Männer kennen das insbesondere, die berühmten Saunazentimeter. Aber mal so unter uns Männern. Wenn man dann in das Eisbecken gesprungen ist, wie viel bleibt denn da von den Saunazentimeter nach dem Kältebad noch übrig? So viele. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja, Flo, du wolltest uns was sagen. Du hast da noch etwas, was dir auf dem Herzen liegt? Worauf ich hinaus möchte? Lass mich raten. Es geht um Uhren. Dass ich eine neue Aufgabe habe. Ja, also es geht um Uhren. Und Flo will ja nicht so richtig rausrücken damit. Flo ist jetzt der Uhrenberater vom Uhrenratgeber. Sozusagen der Ratgeberberater. Und Markus, was ist denn da jetzt bei rausgekommen? War das was? Hat sich das gelohnt? Diese Uhr ist einfach eine Wucht. Okay, das habe ich auch schon zu vielen Uhren gesagt. Aber die Vöglein pfeifen von den Dächern, dass auf dieser Uhr auf der Gehäuseflanke dein Porträt eingraviert ist. Stimmt das? Sehr geile Uhr. Und das hat der Schmied selber reingraviert mit einem kleinen Meißel und so weiter. Das ist irre. Ja, das glaube ich. Also sowas hätte ich auch unglaublich gerne. Ja, Markus, hast du denn vielleicht noch einen Ratschlag für meine Zuschauer? Abonniert den Kanal. Macht euch einen YouTube-Account. Abonniert. Klickt auf die Glocke. Nur wenn ihr auf die Glocke kriegt, kriegt ihr vernünftigen Content auch geliefert. Heißt, wenn ihr nur abonniert, kriegt ihr vielleicht irgendwo mal zufällig ein Video mit. Aber das ist vielleicht gar nicht das, was ihr sehen wollt. Wenn ihr in die Glocke klickt, könnt ihr selber entscheiden, weil dann kriegt ihr alles mit. Und hiermit ist das Thema jetzt erstmal für mich auch erledigt. Bis dahin mal. Ciao, ciao. Der Markus hat sich schon verabschiedet. Es ist gute Tradition von mir, meinen Gästen das letzte Wort zu belassen. Also Flo, jetzt bist du an der Reihe. Bis irgendwann. Bis demnächst. Auf jeden Fall leider nicht bis nächste Woche. Wir sehen uns in jedem Falle. Macht es gut. Vielen Dank für alles. Ciao. Bis dahin. Tschüss. Euer Axel.